Hören Sie sich diese Sätze an. Man kann das nicht. Es wird nicht funktionieren. Es ist unmöglich. Es ist riskant. Es ist so. Affirmationen und Negationen sind der Feind der Kreativität. Sie schließen die Möglichkeit von etwas Neuem aus. Hören Sie sich nun diese Sätze an. Warum können wir das nicht? Wie können wir das Risiko reduzieren? Was müssen wir tun, damit es funktioniert? Die Fragen treiben die Kreativität an. Sie eröffnen neue Möglichkeiten. Sie laden einen zu neuen Lösungen ein. Wenn Sie kreative Lösungen finden wollen, fangen Sie an, Ihren Team Fragen zu stellen. Fangen Sie an, Fragen an sich selbst zu stellen. Fangen Sie an, Fragen 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 an